Hey, na, und? Wie geht's? Ja, könnte besser sein, na? Wir sind gestern ausgeschieden, na? Kennst du das? Willkommen im Club! Es macht keinen Spass, man. Mir überbrückt man nun die Trauer. Naja, also, die ersten zwei, drei Tage trug man am besten so, als wäre nichts gewesen. Da sind wir Deutsche und ihr Schweizer ja besonders gut drin, ne? Aber dann, ähm, dann muss es halt irgendwie weitergehen. Auf jeden Fall, ähm, weiter WM gucken, ja? Erstmal. Ja? Also nicht aufhören, weil das ist, da fällt man in ein Loch und das ist nie gut. Ähm, mein heißer Tipp ist, ähm, such dir ein Team, das ungefähr die gleiche Flagge hat wie, ähm, die Schweiz. Ja? Also, wir haben das mit Belgien und, ähm, hier hinten siehst du die belgische Flagge. Das war davor eine deutsche Flagge, die habe ich einfach neu ausgeschnitten. Ah! Also, in dem Fall, in dem Fall bin ich jetzt, in dem Fall bin ich jetzt für England. Ja, genau, genau. Die haben auch ein Kreuz und die haben die gleichen Farben. Super easy. So, guckt man jetzt, äh, und zack, bin ich wieder dabei. Ja? Ah, dann sehen wir uns im Finale, wenn das überhaupt möglich ist. Und ansonsten kann man ja immer noch sagen, man sei ja irgendwie ein Achtel-Brazilianer oder im Herzen sei man Brasilianer oder so. Ja, aber ganz im Ernst, ganz im Ernst, welches Lied singen wir denn jetzt? Du brauchst irgendeinen richtigen Stimmungskracher, ja? Ähm, sowas wie, aber scheiß drauf, im Eishockey sind wir immer noch Stars oder sowas. Oh, lä, oh, lä, oh, lä, oh, lä, oh, lä... Genau, ah, so gut. Mit dir zu sprechen ist immer Therapie, ja? Danke erstmal. Ja, das freut mich, immer wieder gerne, immer wieder gerne. Mach's gut, Nico! Ciao. Hopp, England! Hopp, England! Berlin, Berlin, Berlin! Inglund, Inglund, Inglund! Tschüss, viel Glück! Danke, dir auch!